willkommen zurück zu let's play together warframe mit schnorra lp und fube lp hallo hallo alle spielen allah d'or und hat auch ich bin bereit zu 8 bis 10 das ist ja bestimmt wieder sehr erfolgreich das geht ist ja nur gefangen haben ja einfach mal durchlaufen nö 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 doch 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 so nicht da sterbe ich doch wieder oder so nicht und du ja immer abgehauen bist du mich nicht beschützt renn weg renn weg wieso bist du eigentlich mal als erstes da das ist voll ja weil ich der horst der der horst der der joint immer zu wir haben viele tage der interesse für diese mission alter wo kommt der schon wieder her da hast du doch gehört dass der ankam nö ich krieg da so etwas nicht mit das höre ich wir sind gelungen, wir werden euch aufhören um dich zu beschützen und wenn ich hier noch die räume durchsuchen da ist so ein inumpark kredit ja und blut blut ressourcen alter wie können die meinen schild durchschießen was denn das die haben special waffen das wird nicht zu viel du musst einfach auch mal zurückschießen ja wenn die eine bestimmte anzahl von schüssen auf dich ziehen ja räume dass er hier kein raum und ich dachte wir müssen dahin wo das ach so wir hatten das sicherheitssystem noch gar nicht hier hinten gibt es noch gut vielleicht alles sieht alles rot aus super super du super du oh da ist ein o ich bin runtergefallen weil ich dachte da geht es noch runter hier 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 hast du gehört ja du sollst dich fern halten vom feuer das zieht dir dann gleich schild runter nämlich oh jetzt bin ich runtergefallen muss alleine kämpfen ja nix problem und dahinten ja da muss schon wieder so erst die drohne abschießen dann gibt es immer so viel schild hier ja ich habe 100 helme und 200 im fokus das ist ein missionsziel oder was ne das ist so ein overall ziel und wie ein achievement wieso kriege ich keine helme ja weil du die nicht tötest ich höre hier gegner sie aber achten dort kommen die denn alle hin schlaggemaue wo kommt ihr denn her aus dem raum bittesehr was machst du denn hier töte da den 1 2 so jetzt habe ich keine energie mehr hier komme ich nur nicht hoch verdammte scheiße hier spiel ich nicht mehr hier ein auf ego alter check mal hier die kundin kommt wieder auf einmal plötzlich wieder an die beschissene und weil die in den räumen spawnen und dann kommen die einfach da mal raus jetzt kommen jetzt nur so viele weil weil die wieder alarm gemacht ja und die kleinen maschinen die da jetzt von hinten kommen die spawnen immer in diesen seiten ach du scheiße deshalb sind das maschinen die kommen sozusagen wie frisch vom fließband schießt du überhaupt mit? manchmal jetzt bin ich nur auf dem wog und wo hier da und an dem Gegner Entschuldigung als ich die Augen vergebildet über erlauben wollte es wird ja Baby er geht überhört oh warum sind hier jetzt grenier keine ahnung ich glaube wir sollen nach oben oh der rennt weg da unten ne der nicht oh wo bist du? ich folge dir ich bin hingefallen ich werde zurückgezogen du olle Schlampe ich gehe in den rum und verstecke mich dahinter eigentlich sind das sachen grad für dich zum hacken wieso? ja weil das bloß zwei felder sind oh hinter dir größer größer rot aber irgendwie die grenier die fallen schneller um als die ja korpus ja weil die korpus ein Schild haben wahrscheinlich die die amerikaner oh es ist auch nur da nicht ja Ein Ziel haben wir noch. Oh. Das ist ein... Oh. Du bist der Doktor Oetker. Erhält sich der rote Punkt wieder woanders? Hä? Ne, unten langt es. Da ist doch immer ein Pfeil. Jetzt siehst du zum Beispiel den weißen Pfeil am roten nach oben. Das heißt, wir müssen eine Stufe höher. Du bist so klug. Und ich bin am Arsch. Warum bist du am Arsch? Weil ich mir da kein Schild mehr habe. Sag doch, ich komme. Eee. 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 Oh, jetzt hängt bei mir überm Kopf so ein riesen Symbol von diesem Munitionspack Fussi wäre weil er den nicht eingesaugt kriegt Oh, der kriegt dann nicht eingesaugt Das ist ja nicht richtig Oh, da hinten ran, da, siehst du ihn? Komm, schlagen! Nein, noch nicht, das war der andere Willst du ihn aufnehmen? Mach, das sehe ich Ich werde gerade beballert Von Wohne? Ich sehe den nicht Ja, ich habe ihn Ach dann Oh, wir wohnen sehen Marines inbound, pass auf Ach, das ist wieder du Pass auf Ach so, du schießt mal auf mich, statt auf die Gegner Ja Ja Ja, das ist ja nicht so gewollt Das ist irgendwie feier, ein bisschen ehre, das Ganze Hä? Ja, der hat gerade Das ist einer, der kann mit dir einen Platz tauschen Der da Auf jeden Fall Der, genau der hier Ach, siehst du, die Grenier, die ich Hinter dir, der Platz tauschen Und wo hier oben war Guck mal, hier können wir noch einen auspacken Guck mal, hier können wir noch einen auspacken Schnell und erfolgreich Bitte Bedanke mich Tschüss 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 Tschüss